Oh, jetzt hab ich mir extra einen tollen Lava-Eimer geholt. Wo hast du denn Lava her? Ich hab eben, als wir da ganz am Anfang über die komische Glasplatte gegangen sind, hab ich gesehen, dass da ein bisschen komisch Lava-Feld war. Hm. Yeah, ich hab gewonnen! Nee, nee, ich hab grad die Regeln umgeschrieben. Was denn? Also der, der stirbt, hat eigentlich gewonnen. Achso, ja. Genau, genau. Deswegen hat der gewonnen. Ja, ja, genau. Das nennt man auch schlechtes Verlieren, das, was du da zeigst. Es war ja nur ein Wehen. Aber warum? Malten! Oh mein Gott, da kommen grad zwei Kriper runter. Yeah, ich stehe in nem Baum. Und hab keine Arme nicht drin. Auf jeden Fall sehe ich Schaf. Alter, ich bin grad übel am zittern, weil ich auf einmal so ein Typ gesehen hab. Alter Schwede. Ich wollt' mir jetzt eigentlich nen Bogen craften und dann zu deiner Seite rüber kommen. Bestimmt nen Bogen craften auch. Oh, ich hab nen extra so tollen Lava-Kammer. Hey, ich hab nen Lava-Eimer. Woher, bloß? Okay, ich komm' halt zu deiner Seite rüber, gell. Ich seh grad' die Lava. Ich seh die Lava. Ich komm' grad' zu deiner Seite rüber. Ja, versuch' einfach mal mein Haus zu finden. Ey, das ist die Lava. Hast du die ausgeschüttet? Toll, ich renne dir völlig ohne alles rum. Hast du mich mit diesem Schwerst gekillt? Ja, lol. Oh. Hier ist grad' die Grenz. Ich war fast da runtergefallen, da, die Begrenzung. Das wär' nicht so gesund gewesen. Aber ich hab' hier schon, äh, Eisen... Füße und Eisenhelm. Und Eisenkopf. Achso, du hast Füße und Kopf aus Eisen. Füße und Kopf aus Eisenkopf. Aber es ist irgendwie... Ein Teil der Mauer ist wieder nicht runtergefallen. Ich weiß, in der einen Stelle... Funktioniert Redstone irgendwie nur über eine bestimmte Reichweite. Komm' doch an, wie viele Repeater du benutztest. Ja, aber ich hab' immer... ...auf Repeater benutzt aber... ... das gibt hier so eine Hilfe. Ich hab' die Hilfe von diesen Grunder gefallen, dann doch schon... ... vor als die Pille... ... das ist so gut wie funktionieren. Das wird so gut funktionieren. Ich hab' die Pille... Entweder... So, wo war'n' dein Haus? Äh, ich weiß nicht, ich sterb' grad. Ne, wo war'n' dein Haus? Von vorne um der Seite kommt... ... Altar. Wo war'n' dein Haus? Oh, hat sie nicht... Ach, kacke, das Nacht... Moment, ich hab' grad' zu mir. Warte. Ne, warte. Oh, jetzt hatte ich den ganzen Befehl angegeben. Bist du hier? Wo bist du? Ja, ich steh' auf dem Berg. Ach so, da bist du. Alter. Ich fall' dir gleich den Berg runter wegen meiner... Nein, ich muss ihn doch noch mal... Au. Moment, teleportier mich noch mal zu dir. Mensch, ich bin nett. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du? Ich seh' dich nicht, da bist du. Nein, stopp, 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 stopp. Die hier ist echt schön. Ich wahr' dich glück HARFZEK Du rinylst즘.: Ich brauch', du schaust dich, du gagner Du bist du raus, komm' dich drücken, Control. Ich hab' dich hog'n' truckbirth' Du hast überlebt, ja, das sieht man. Da ist mein Haus, da ist mein Haus. Du darfst nicht rein. Nein, ich hab dich da gelassen. Aua. Oh, Mann. Scheiße. Ich hab das, ich hab's hier an meinem Fleisch. Hey, wo bist du? Da bist du. Das ist mein Haus. Ja, das ist, äh, mein Tier heißt. Oh mein Gott, die Tür ist gerade aufgegangen, aber niemand war. Ja. Ich darf's leider nicht mehr rein. Oh, dann komm ich gewaltsam rein. Oh, so'n Scheiß hier. Sieh ich gar nicht ein. Du alter Mietpreller. Ich ruf hier gleich, äh, Verena, irgendwas anderes. Oh mein Gott. Skalien! Oh mein Gott. Da bist du. Du machst mir kaum damage, weißt du das? Äh. Äh, ich schlange viel dumm her. Nee, weiß ich nicht. Oh mein Gott, die Kässe ging gerade auf und dass da ein Typ steht. Voll. Wo bist du? Weiß nicht. Wir haben wieder den Fehler wie eben. Ich seh dich nicht. Da bist du. Hey. Oh, machst du mir übel, der Mensch. Oh. So'n Scheiß. That's unbelievable. That's unbelievable. Ich seh mich nicht. Warte. Okay. Ich baue jetzt deine Kisten ab, da fallen die Sachen raus und dann kippe ich da Lava drüber. Nein. So. Erledigt. Äh, mein Haus. Wie viel dämlich machst du die eigentlich mit der Spitzhacke? Äh, eineinhalb und 18 pro Schlag. No. Ah, gut. Gut zu wissen. Nein. Na, komm schon, du kannst mich sowieso... LoL. Du bist... Hah, ha, 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 ha. Spinner. Fuck, mei. die haupt das ist nicht an die spinne ich habe einen Spinnenfaden zu etwa herrspinne ich bin ich denn ich komme gerade mit meinem eigenen Haus rein wegen WorldGuard ach doch nein nein sie kommen leider nicht rein kann sein dass die Folge ja was länger wird weil ja ihr wisst ja schon wir müssen uns wie Männer benehmen erst mal Alter das war ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Nein! Aua! Ja, komm doch! Nein! Uh! Aha! Nein! 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 Ich krieg dich zuerst helfen bis dahin. Achso! Der starben. Wohin denn sonst? Du gehst mir langs auf die Nerven, weißt du das? Wieso? Oh, guck mal, da ist ein Babyhuhn! Alter! Kannst du mir aufhören, mich zu schlagen? Ich hab dich gerade nicht geschlagen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier, Satmes, guck mal! Damit du noch mehr davon hast! Was? ich muss die Versuch weil ich bin gerade am Puttern ja ich höre sie die Beispiele und meine Lager also da ist die muss erst mal aufnehmen Matti wie wäre es wenn du heute noch ein Adventure Map runterladest und die wir dann jetzt noch spielen weiß ich nicht wir müssen die ganz durchspielen wir müssen ja einfach nur noch anfangen ja welche denn welche denn welche fändst du denn gut ich hab noch so eine Jump Map aber da bin ich schon fast was dann zuerst deswegen Fallfall ein Jump to Success ne das überhaupt nicht wenn du viel abspielt hast welche denn ist man so lange drauf gut da können wir ja spielen nein nur noch einen Schlag da wirst du da runnen hey hey noch mehr Lava mein gott bist du dumm mein gott bist du dumm okay Leute damit ist es vollendet bis gleich bis irgendwann okay ciao so Vielen Dank.